Familienbeziehungen werden häufig als ein Zufluchtsort der Liebe und bedingungslosen Unterstützung idealisiert. Es gibt jedoch eine unbequeme Wahrheit, die viele lieber ignorieren. Nicht alle Verwandten wünschen uns wirklich das Beste. Diese Realität, so schmerzhaft sie auch sein mag, ist entscheidend, um unsere emotionale Gesundheit zu verstehen und zu schützen. Innerhalb des Familienkerns können sich Gefühle wie Neid und Konkurrenz still entwickeln und ein Netz aus Spannungen und versteckten Konflikten schaffen. Diese negativen Gefühle haben, wenn sie nicht erkannt und behandelt werden, das Potenzial, familiäre Bindungen zu untergraben und tiefgreifende psychologische Schäden zu verursachen. Es ist wichtig, die Anzeichen von Neid und Falschheit unter Verwandten zu erkennen. Diese Fähigkeit schützt uns nicht nur emotional, sondern ermöglicht es uns auch, echte und positive Beziehungen zu pflegen. Indem wir diese schädlichen Muster erkennen, können wir informierte Entscheidungen darüber treffen, wie wir mit bestimmten Familienmitgliedern umgehen und gesunde Grenzen setzen. In diesem Video werden wir neun verräterische Anzeichen dafür erkunden, dass einige Verwandte möglicherweise nicht auf unseren Erfolg hoffen. Diese subtilen, aber kraftvollen Indikatoren können Ihnen helfen, das komplexe Terrain familiärer Dynamiken besser zu navigieren. Bereiten Sie sich auf eine Reise der Selbsterkenntnis und emotionalen Ermächtigung vor. Haben Sie jemals ein Kompliment von einem Verwandten erhalten, das falsch oder übertrieben klang? Dies ist eines der subtilsten, aber aufschlussreichsten Anzeichen von Neid oder Falschheit in der Familie. Übertriebene Komplimente mögen auf den ersten Blick harmlos erscheinen, verbergen jedoch oft weniger edle Absichten. Wenn ein Verwandter Sie ständig mit unverhältnismäßigen Lobeshymnen überschüttet, insbesondere in Situationen, die so viel Begeisterung nicht rechtfertigen, ist Vorsicht geboten. Dieses Verhalten kann ein Versuch emotionaler Manipulation sein. Das Ziel, ein falsches Gefühl der Sicherheit zu schaffen, um später Ihr Vertrauen zu untergraben. Achten Sie auf den Tonfall und die Körpersprache bei diesen übertriebenen Komplimenten. Oft gibt es eine Diskrepanz zwischen den gesprochenen Worten und der Art und Weise, wie sie ausgedrückt werden. Ein gezwungenes Lächeln, ein ausweichender Blick oder eine subtile Spannung in der Stimme können auf fehlende Aufrichtigkeit hinweisen. Diese übertriebenen Komplimente können auch dazu verwendet werden, ein unausgewogenes Machtverhältnis zu etablieren. Indem der Verwandte Sie auf ein unrealistisches Podest stellt, schafft er eine unmögliche Erwartung, die den Boden für zukünftige Kritik bereitet, wenn Sie diesen überhöhten Standard unvermeidlich nicht erreichen. Darüber hinaus können unehrliche Komplimente als Werkzeug genutzt werden, um von Ihren echten Erfolgen abzulenken. Indem Sie sich auf triviale oder irrelevante Aspekte konzentrieren, vermeiden neidische Verwandte, ihre realen und bedeutenden Erfolge anzuerkennen. Der Schlüssel liegt darin, ein Gespür für Authentizität zu entwickeln. Echte Komplimente sind spezifisch, kontextuell und im Einklang mit der Situation. Sie hinterlassen kein unangenehmes Gefühl oder das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Lernen Sie, ehrliches und konstruktives Feedback zu schätzen, auch wenn es nicht immer positiv ist, statt leere und übertriebene Komplimente. Denken Sie daran, dass die Anerkennung dieses Musters nicht bedeutet, dass Sie den betreffenden Verwandten sofort konfrontieren sollten. Nutzen Sie diese Information stattdessen, um Ihre Erwartungen anzupassen und Ihr emotionales Wohlbefinden zu schützen. Das Bewusstsein für dieses Verhalten ist der erste Schritt, um die komplexen Gewässer familiärer Beziehungen weiser zu navigieren. Eines der klarsten Anzeichen von familiärem Neid ist das auffällige Fehlen von Begeisterung, wenn Sie etwas Wichtiges erreichen. Stellen Sie sich die Szene vor. Sie teilen eine großartige Neuigkeit, eine Beförderung bei der Arbeit, den Kauf eines eigenen Hauses oder die Verwirklichung eines persönlichen Traums. Statt Freude und Unterstützung zu erfahren, werden Sie mit lauwarmen Reaktionen, gezwungenen Lächeln oder sogar peinlichem Schweigen konfrontiert. Diese fehlende Begeisterung kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren. Einige Verwandte wechseln schnell das Thema, schmälern ihren Erfolg oder vergleichen ihren Erfolg mit dem Anderer. Andere reagieren mit passiv-aggressiven Kommentaren wie In extremeren Fällen können neidische Verwandte sogar versuchen, ihren Moment des Ruhms zu überschatten, indem sie sofort nach ihrer Ankündigung ihre eigenen wichtigen Neuigkeiten teilen. Diese Taktik der Ablenkung ist eine klare Form von Konkurrenz und Abwertung ihres Erfolgs. Es ist entscheidend zu verstehen, dass diese Reaktion nichts mit ihnen zu tun hat, sondern mit den Unsicherheiten und Frustrationen des betreffenden Verwandten. Neid entsteht oft aus einem tiefen Gefühl der Unzulänglichkeit oder der Angst, zurückgelassen zu werden. Um ihre emotionale Gesundheit zu schützen, ist es wichtig, einen Unterstützerkreis außerhalb der Familie zu schaffen. Suchen Sie Freunde und Mentoren, die ihre Erfolge wirklich feiern. Diese Menschen sind entscheidend, um ihr Selbstwertgefühl und ihre Motivation hochzuhalten, besonders wenn die familiäre Unterstützung fehlt. Gleichzeitig üben sie Mitgefühl. Erkennen sie, dass der Neid des Anderen ein Spiegelbild seiner eigenen inneren Kämpfe ist. Das rechtfertigt zwar nicht das negative Verhalten, kann ihnen aber helfen, diese Reaktionen nicht als Spiegelbild ihres eigenen Wertes zu internalisieren. Das Bewusstsein für dieses Muster ermöglicht es ihnen, ihre Erwartungen in familiären Beziehungen besser zu managen. Lernen sie, ihre Erfolge unabhängig von den Reaktionen anderer zu schätzen. Ihr Erfolg ist gültig und verdient es, gefeiert zu werden, auch wenn nicht alle um sie herum das zeigen können. Eines der toxischsten Verhaltensweisen in familiären Beziehungen ist die Verbreitung von Klatsch und negativen Kommentaren, wenn sie nicht anwesend sind. Diese schädliche Gewohnheit kann ihren Ruf untergraben und ein Umfeld des Misstrauens innerhalb der Familie schaffen. Stellen Sie sich vor, Sie erfahren, dass ein naher Verwandter verzerrte Geschichten über Sie verbreitet, Ihre Lebensentscheidungen kritisiert oder sogar peinliche Situationen erfindet. Dieses Verhalten zeigt nicht nur einen tiefen Mangel an Respekt, sondern auch einen bewussten Versuch, ihren Wert in den Augen anderer zu mindern. Familiäre Klatschgeschichten können viele Formen annehmen. Manchmal sind es versteckte Kritiken über ihr Aussehen, ihre Karriere oder ihre Beziehungen. In anderen Fällen können kleine Fehler, die sie gemacht haben, dramatisch übertrieben werden, um andere Verwandte zu unterhalten. Das Ziel ist immer dasselbe, ein negatives Bild von ihnen zu zeichnen. Es ist wichtig, auf die Anzeichen zu achten, dass dies geschieht. Sie können subtile Veränderungen im Verhalten anderer Familienmitglieder bemerken, seltsame Blicke oder Kommentare, die einen unbekannten Kontext haben. Manchmal kann ein gutmeinender Verwandter Sie sogar warnen, was über Sie gesagt wird. Mit familiärem Klatsch umzugehen, erfordert einen sorgfältigen Ansatz. Den Klatsch direkt zu konfrontieren, ist nicht immer die beste Strategie, da dies zu Leugnung und mehr Konflikten führen kann. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, starke und vertrauenswürdige Beziehungen mit den Familienmitgliedern aufzubauen, von denen Sie wissen, dass Sie loyal und ehrlich sind. Eine weitere effektive Strategie ist es, selektiv mit Informationen umzugehen, die Sie teilen. Begrenzen Sie den Zugang zu persönlichen Details Ihres Lebens auf diejenigen, die sich als vertrauenswürdig erwiesen haben. Das bedeutet nicht, sich komplett zu verschließen, sondern einen inneren Vertrauenskreis innerhalb der Familie zu schaffen. Wenn Sie mit den Auswirkungen bösartiger Klatschgeschichten konfrontiert werden, bleiben Sie fest in Ihrer Wahrheit. Lassen Sie nicht zu, dass falsche Erzählungen Ihr Selbstbild prägen oder Ihre Entscheidungen beeinflussen. Ihre Integrität und Ihr Charakter werden im Laufe der Zeit für sich selbst sprechen. Eine gleichgültige Haltung gegenüber Klatsch zu entwickeln, kann befreiend sein. Verstehen Sie, dass Menschen, die sich an solchem Verhalten beteiligen, oft ihre eigenen Unsicherheiten und Frustrationen projizieren. Indem sie sich weigern, von ihren Worten beeinflusst zu werden, entziehen sie ihnen die Macht, die sie über sie haben. In gesunden Familien sind gegenseitige Unterstützung und das Feiern der Erfolge anderer die Norm. In toxischen, familiären Umgebungen können sie jedoch auf eine Atmosphäre ständiger und oft erstickender Konkurrenz stoßen. Diese Konkurrenz ist selten offen oder erklärt. Stattdessen manifestiert sie sich in subtilen und beharrlichen Formen. Sie können bemerken, dass ein Verwandter immer versucht, ihre Geschichten, Erfolge oder Erfahrungen zu übertreffen. Wenn Sie von einer unglaublichen Reise erzählen, berichten Sie sofort von einer noch besseren. Wenn Sie einen beruflichen Erfolg feiern, lenken Sie schnell das Gespräch auf Ihre eigenen Leistungen. Dieses zwanghafte Bedürfnis zu konkurrieren, kann sich selbst auf die trivialsten Bereiche des Lebens ausdehnen. Von wem der schönste Garten bis hin zu wem das beste Gericht beim Familienessen zubereitet, alles wird zu einer Arena, um Überlegenheit zu beweisen. Was diese Dynamik besonders zermürbend macht, ist ihre unaufhörliche Natur. Unabhängig vom Kontext oder der Situation findet der konkurrenzorientierte Verwandte immer einen Weg, die Interaktion in einen Vergleich zu verwandeln, indem er als Sieger hervorgehen muss. Diese übermäßige Konkurrenz verdeckt häufig tiefsitzende Unsicherheiten. Der betreffende Verwandte könnte mit Gefühlen der Unzulänglichkeit oder der Angst kämpfen, übertroffen zu werden. In dem Sie ständig versuchen, sich als Überlegen zu beweisen, suchen Sie nach äußerer Bestätigung, um eine innere Leere zu füllen. Um mit diesem Verhalten umzugehen, ist es wichtig, sich auf Ihr eigenes Wachstum und Ihre eigenen Erfolge zu konzentrieren. Vermeiden Sie es, in die Falle zu tappen, diese unsichtbaren Vergleiche gewinnen zu wollen. Erkennen Sie, dass Ihre Reise einzigartig ist und das Erfolg kein Nullsummenspiel ist. Klare Grenzen zu setzen, ist ebenfalls unerlässlich. Wenn Sie bemerken, dass sich ein Gespräch in eine einseitige Konkurrenz verwandelt, wechseln Sie freundlich das Thema oder beenden Sie die Interaktion. Sie sind nicht verpflichtet, an diesem zermürbenden Spiel teilzunehmen. Empathie zu entwickeln, kann überraschend effektiv sein. Manchmal kann das verbale Anerkennen der Erfolge des konkurrenzorientierten Verwandten sein Bedürfnis, sich zu beweisen, mildern. Ein einfaches, das klingt großartig, ich freue mich für Dich, kann die Wettbewerbsspannung entschärfen. Schließlich suchen Sie nach tieferen und bedeutungsvolleren Verbindungen zu den Familienmitgliedern, die dieses Konkurrenzverhalten nicht zeigen. Diese gesunden Beziehungen dienen als wertvoller Gegenpol und als Erinnerung daran, wie positive familiäre Interaktionen aussehen können. Versuche von Familienangehörigen, sie zu sabotieren, können besonders schmerzhaft und verwirrend sein, da sie oft als echte Besorgnis oder gute Ratschläge getarnt sind. Es ist, als würde jemand Samen des Zweifels in Ihren Traumgarten pflanzen, alles unter dem Vorwand, sich um sie zu kümmern. Stellen Sie sich vor, Sie stehen kurz davor, einen großen Schritt im Leben zu machen, vielleicht ein neues Geschäft zu gründen, in eine andere Stadt zu ziehen oder eine ernsthafte Beziehung zu beginnen. Plötzlich taucht ein Verwandter auf und überschüttet sie mit einer Flut von Ratschlägen und Sorgen. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als wollten sie nur ihr Bestes. Doch bei genauerem Hinsehen erkennen sie, dass diese Worte voller Negativität und Entmutigung sind. Sätze wie, bist du sicher, dass du dafür bereit bist? Oder, glaubst du nicht, dass du ein bisschen zu ehrgeizig bist? Sind klassische Beispiele subtiler Sabotage. Diese scheinbar harmlosen Kommentare können Samen der Unsicherheit pflanzen und sie dazu bringen, ihre eigenen Fähigkeiten und Entscheidungen zu hinterfragen. Eine weitere gängige Taktik ist der Einsatz von Warnschauer-Geschichten. Beispiele von Menschen, die etwas Ähnliches versucht und kläglich gescheitert sind. Diese Geschichten werden sorgfältig ausgewählt, um sie zu entmutigen und ignorieren vollständig die Erfolgsgeschichten oder die einzigartigen Umstände ihrer Situation. Manche Verwandte bieten sogar Hilfe an, die in Wirklichkeit ihren Fortschritt behindert. Wenn sie beispielsweise versuchen, Gewicht zu verlieren, könnten sie ständig verlockende Lebensmittel in ihr Haus bringen und behaupten, dass einmal nicht schadet. Diese Form der Sabotage ist besonders heimtückisch, da sie sich hinter einer Fassade der Freundlichkeit verbirgt. Es ist entscheidend, die Fähigkeit zu entwickeln, zwischen echter Besorgnis und Sabotageversuchen zu unterscheiden. Wirklich hilfreiche Ratschläge sind meist von praktischer Unterstützung und Ermutigung begleitet, nicht nur von Warnungen und Katastrophenszenarien. Um sich zu schützen, lernen sie, ihrem Instinkt und ihrer eigenen Entscheidungsfähigkeit zu vertrauen. Setzen sie klare Grenzen, welche Art von Ratschlägen sie hören möchten und von wem. Suchen sie nach Meinungen von Menschen, die eine Geschichte haben, ihr Wachstum zu unterstützen, nicht von denen, die ständig an ihnen zweifeln. Wenn sie mit Sabotageversuchen konfrontiert werden, konzentrieren sie sich auf ihre Ziele und die Gründe, warum sie diesen Weg gewählt haben. Nutzen sie diese Erfahrungen, um ihre Entschlossenheit und ihr Vertrauen in sich selbst zu stärken. Isolation und Ausschluss sind stille, aber tief schmerzhafte Taktiken, die einige Verwandte anwenden, um ihre Position in der Familie zu untergraben. Dieses Verhalten geht über einfache, gelegentliche Vergesslichkeiten hinaus. Es ist ein systematisches Muster, sie von wichtigen Ereignissen, Gesprächen und Entscheidungen der Familie auszuschließen. Stellen sie sich vor, sie erfahren ständig, dass es ein Familienessen gab, von dem sie nicht informiert wurden. Oder dass wichtige Entscheidungen ohne ihre Beteiligung getroffen wurden. Diese Situationen sind keine Zufälle, sondern Teil einer bewussten Strategie, sie weniger wichtig und vom Familienkern getrennt zu machen. Diese Form der Ausschließung kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren. Manchmal ist sie offensichtlich, wie das Nicht-Einladen zu Familien treffen oder feiern. Andere Male ist sie subtiler, wie Gespräche, die plötzlich verstummen, wenn sie den Raum betreten. Oder wichtige Themen, die nur besprochen werden, wenn sie nicht anwesend sind. Der emotionale Einfluss dieser Art von Behandlung ist tiefgreifend. Sie könnten anfangen, ihren Platz in der Familie infrage zu stellen, sich entwertet fühlen oder sogar an ihren eigenen Wahrnehmungen zweifeln. Es ist eine Form des emotionalen Gaslightings, bei der ihre Realität und ihre Gefühle ständig invalidiert werden. Die Motive hinter diesem ausschließenden Verhalten können variieren. Einige Verwandte handeln vielleicht aus Neid auf ihren Erfolg oder Lebensstil. Andere könnten versuchen, die Kontrolle über die Familiendynamik zu behalten und ihre Anwesenheit als Bedrohung für den Status Quo sehen. In manchen Fällen ist es eine passiv-aggressive Art, Missbilligung über einen Aspekt ihres Lebens auszudrücken. Mit dieser Situation umzugehen, erfordert innere Stärke und Strategie. Zunächst ist es entscheidend, das Muster zu erkennen und ihre eigenen Gefühle zu validieren. Sie übertreiben nicht und sind nicht paranoid. Systematische Isolation ist eine reale Form des emotionalen Missbrauchs. Ein proaktiver Ansatz kann hilfreich sein. Versuchen Sie, selbst Kontakt aufzunehmen und Familienveranstaltungen zu organisieren. Das erschwert Ihre Ausschließung und zeigt auch Ihre Bereitschaft, gesunde familiäre Verbindungen zu pflegen. Wenn Sie auf Ausreden oder Ausweichmanöver stoßen, behalten Sie diese Vorfälle mental oder sogar schriftlich fest, um Ihre Wahrnehmung zu bestätigen. Erwägen Sie auch die Möglichkeit, ein offenes Gespräch mit einem Familienmitglied zu führen, dem Sie vertrauen. Manchmal kann das Ansprechen des Problems helfen, Missverständnisse zu klären oder zumindest andere auf die Situation aufmerksam zu machen. Parallel dazu ist es wichtig, ein Unterstützungssystem außerhalb der Familie aufzubauen. Pflegen Sie tiefe Freundschaften und Verbindungen zu Menschen, die Ihre Anwesenheit und Ihren Beitrag schätzen. Dies bietet nicht nur einen positiven Gegenpol zu den negativen familiären Erfahrungen, sondern stärkt auch Ihre emotionale Widerstandsfähigkeit. Denken Sie daran, dass Ihr Wert nicht durch die Akzeptanz von toxischen Familienmitgliedern bestimmt wird. Wenn das Ausschlussmuster anhält, könnte es notwendig sein, zu überdenken, wie viel emotionale Energie Sie in diese Beziehungen investieren möchten. Manchmal ist eine gesunde Distanz der beste Weg, Ihr emotionales Wohlbefinden zu schützen. Letztendlich geht es darum, ein Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung bedeutungsvoller familiärer Verbindungen und dem Schutz Ihrer geistigen Gesundheit zu finden. Sie verdienen es, in Umgebungen zu sein, in denen Ihre Anwesenheit geschätzt und gefeiert wird, sei es innerhalb oder außerhalb des familiären Kreises. In vielen Familien gibt es diesen einen Verwandten, der anscheinend ein besonderes Talent dafür hat, Probleme zu schaffen, wo keine existierten. Diese Meister der Zwietracht agieren auf subtile Weise, indem sie scheinbar harmlose Kommentare verwenden, um Misstrauen und Konflikte zwischen den Familienmitgliedern zu säen. Stellen Sie sich ein ruhiges Familientreffen vor. Plötzlich erwähnt Tante Maria beiläufig, schade, dass Johannes nicht kommen konnte. Er sagte, er sei beschäftigt, aber ich habe in den sozialen Medien gesehen, dass er auf einer Party war. Dieser scheinbar harmlose Kommentar säht Zweifel an der Ehrlichkeit von Johannes und kann unnötige Spannungen erzeugen. Die Konfliktanstifter sind geschickt darin, Halbwahrheiten und Andeutungen zu verwenden. Sie können Fragen stellen, die mit Hintergedanken beladen sind. Wie glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee war, dieses teure Haus zu kaufen und damit die Entscheidungen anderer Familienmitglieder infrage stellen? Eine weitere häufige Taktik ist das Hörensagen. Sätze wie »Ich habe gehört, dass id« oder »Jemand hat mir erzählt, das« werden oft verwendet, um Gerüchte zu verbreiten, ohne die Verantwortung für die Information zu übernehmen. Das schafft eine Atmosphäre des Misstrauens, in der alle anfangen, die Absichten der anderen zu hinterfragen. Diese Verwandten sind auch Experten darin, andere gegeneinander auszuspielen. Sie können ein Familienmitglied übermäßig in Gegenwart eines anderen loben und so Vergleiche und Ressentiments schaffen. Oder sie teilen Informationen selektiv, sodass jeder eine leicht andere Version der Fakten hat. Das Ziel dieses Verhaltens ist in der Regel Kontrolle. Indem sie alle in einem Zustand der Wachsamkeit und des Misstrauens halten, können die Konfliktstifter die Familiendynamik zu ihren Gunsten manipulieren. Sie ernähren sich vom Drama und der Aufmerksamkeit, die ihre Handlungen erzeugen. Um mit diesem Verhalten umzugehen, ist es entscheidend, offene und direkte Kommunikationswege mit anderen Familienmitgliedern aufrechtzuerhalten. Wenn sie etwas Verstörendes hören, gehen sie direkt zur Quelle, um Klarheit zu schaffen, anstatt Gerüchte zu nähren. Setzen sie klare Grenzen mit dem problematischen Verwandten. Machen sie deutlich, dass sie sich nicht an Gesprächen beteiligen werden, die darauf abzielen, andere Familienmitglieder zu verunglimpfen. Oft kann eine feste Haltung dieses Verhalten entmutigen. Pflegen sie eine Kultur der Transparenz und Ehrlichkeit in ihren eigenen familiären Interaktionen. Seien sie ein Vorbild für direkte und respektvolle Kommunikation. Das kann andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun und eine gesündere Familienkultur zu schaffen. Achten sie auf ihre eigenen Reaktionen. Die Konfliktstifter suchen oft nach emotionalen Reaktionen. Indem sie ruhig bleiben und sich nicht einlassen, nehmen sie ihnen den Treibstoff, der ihre Spiele antreibt. Es ist wichtig zu erkennen, dass in einigen Fällen Distanzierung notwendig sein kann. Wenn ein Verwandter kontinuierlich Stress und Konflikte in ihr Leben bringt, ist es legitim, in Erwägung zu ziehen, ihre Interaktionen mit dieser Person zu begrenzen, um ihre geistige Gesundheit und die familiäre Harmonie zu schützen. Indem sie dieses toxische Verhalten angehen, schützen sie nicht nur sich selbst, sondern tragen auch dazu bei, ein gesünderes und harmonischeres familiäres Umfeld für alle zu schaffen. Der Schlüssel liegt darin, die Muster zu erkennen, fest zu ihren Werten zu stehen und eine offene und ehrliche Kommunikation zu fördern. Ein besonders aufschlussreiches Zeichen für Falschheit und fragwürdige Absichten in familiären Beziehungen ist das drastische Verhalten von bestimmten Verwandten, wenn sie anwesend sind. Dieses Phänomen, oft subtil, kann äußerst verwirrend und schädlich für die Familiendynamik sein. Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Raum und bemerken, dass sich die Atmosphäre sofort ändert. Lebhafte Gespräche verstummen abrupt, Lächeln werden gezwungen und eine spürbare Spannung liegt in der Luft. Diese Art von Reaktion ist kein Zufall. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Verwandte, die sich in ihrer Gegenwart radikal anders verhalten, tragen im Grunde genommen eine Maske. Wenn sie nicht in der Nähe sind, können sie offen, entspannt und authentisch sein. Sobald sie jedoch auftauchen, nehmen sie eine sorgfältig konstruierte Persona an. Diese Verhaltensdifferenz ist ein starkes Indiz für Falschheit und verborgene Absichten. Beobachten Sie aufmerksam die Veränderungen in der Körpersprache. Ein Verwandter, der normalerweise ausdrucksstark und gestikulierend ist, kann plötzlich zurückhaltend und angespannt wirken. Gesichtsausdrücke können unnatürlicher werden, mit Lächeln, die nicht die Augen erreichen. Die Körperhaltung kann sich ändern, was auf Unbehagen oder Abwehrhaltung hinweist. Der Tonfall ist ein weiterer entscheidender Indikator. Sie können eine plötzliche Förmlichkeit in der Sprechweise bemerken oder eine übertriebene Süße, die unecht klingt. Einige nehmen einen herablassenden oder bevormundenden Ton an, was auf den Versuch hindeutet, Überlegenheit zu demonstrieren. Achten Sie auch auf die Veränderungen in den Gesprächsthemen. Wenn die Themen plötzlich oberflächlich werden oder offenkundig bestimmte Themen vermieden werden, kann das darauf hinweisen, dass etwas vor Ihnen verborgen wird. Diese Verhaltensänderung kann durch verschiedene Faktoren motiviert sein. Es kann ein Zeichen tiefen Neid sein, bei dem sich der Verwandte durch ihren Erfolg oder ihr Glück bedroht fühlt. Es kann auch ein Hinweis auf Schuld sein. Vielleicht haben sie schlecht über sie gesprochen und fürchten, entdeckt zu werden. In einigen Fällen kann diese Verhaltensänderung eine Manipulationstaktik sein. Indem sie ein Umfeld der Falschheit schaffen, versuchen diese Verwandten möglicherweise, ihre Wahrnehmung der familiären Realität zu kontrollieren und sie in Zweifel darüber zu halten, was wirklich vor sich geht. Es ist wichtig, diese Zeichen nicht zu ignorieren. Obwohl es verlockend sein kann, diese Veränderungen als bloße Eigenheiten oder Missverständnisse abzutun, sind konsistente Muster von doppeltem Verhalten selten unschuldig. Um mit dieser Situation umzugehen, bleiben Sie wachsam, aber vermeiden Sie es, paranoid zu werden. Beobachten Sie Muster im Laufe der Zeit, nicht nur einzelne Vorfälle. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt. Wenn etwas falsch erscheint, ist es das wahrscheinlich auch. Überlegen Sie, ob Sie das Thema direkt mit den betreffenden Verwandten ansprechen, wenn Sie sich sicher dabei fühlen. Manchmal kann ein offenes Gespräch Missverständnisse klären oder Probleme aufdecken, die gelöst werden können. Wenn das Verhalten anhält, kann es notwendig sein, klare Grenzen zu setzen. Das könnte bedeuten, die Zeit, die Sie mit diesen Verwandten verbringen, zu begrenzen oder selektiver mit den Informationen umzugehen, die Sie mit ihnen teilen. Letztendlich ist es entscheidend, diese Art von Falschheit zu erkennen und damit umzugehen, um Ihre emotionale Gesundheit zu schützen und authentische, gesunde, familiäre Beziehungen aufrechtzuerhalten. Am Ende dieser Reise der Selbsterkenntnis und familiären Weisheit haben wir wichtige Zeichen erkundet, die auf Neid und Falschheit in unseren familiären Beziehungen hinweisen. Dieses Bewusstsein ist nicht nur wertvoll, sondern unerlässlich für unser mentales und emotionales Wohlbefinden. Es ist ein schmerzhafter, aber notwendiger Prozess, Verwandte zu identifizieren, die nicht wirklich unser Bestes wollen. Es ist wie das Entfernen eines Pflasters. Es kann im Moment wehtun, ist aber entscheidend für die Heilung. Indem Sie diese toxischen Muster erkennen, rüsten Sie sich mit der Fähigkeit aus, Ihren emotionalen Raum zu schützen und ein Umfeld zu schaffen, das Ihr persönliches Wachstum fördert. Lassen Sie sich nicht täuschen, dass Blutbande automatisch gute Absichten garantieren. Die Realität ist, dass einige familiäre Beziehungen tief schädlich für unser Wohlbefinden sein können. Es ist wichtig, ehrlich zu bewerten, welchen Einfluss jeder Verwandte auf ihr Leben hat. Manchmal ist das Mutigste und Gesündeste, was wir tun können, klare Grenzen zu setzen oder uns von Beziehungen zu distanzieren, die uns ständig herabsetzen oder sabotieren. Diese Distanzierung muss nicht dramatisch oder dauerhaft sein. Es kann einfach bedeuten, die Zeit zu reduzieren, die man miteinander verbringt, die geteilten Informationen zu begrenzen oder die Erwartungen an bestimmte Verwandte anzupassen. Das Ziel ist es, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem Sie ohne Negativität und schädlichen Wettbewerb gedeihen können. Gleichzeitig kann dieser Reflexionsprozess zu überraschenden und positiven Entdeckungen führen. Sie können Verwandte identifizieren, die wahre Stützen in Ihrem Leben sind, die Ihre Erfolge wirklich feiern und in schwierigen Zeiten Trost bieten. Diese Beziehungen sind es wert, gepflegt und gestärkt zu werden. Die Suche nach einem engen Kreis, der auf wahrer Unterstützung und Positivität basiert, ist eine fortlaufende Reise. Begrenzen Sie sich nicht nur auf die biologische Familie. Enge Freunde, Mentoren und sogar Interessengemeinschaften können eine gewählte Familie bilden, die unbefriedigende familiäre Beziehungen ergänzt oder ersetzt. Denken Sie daran, dass Sie es verdienen, von Menschen umgeben zu sein, die an Sie glauben, die Ihr Wachstum fördern und sich aufrichtig über Ihren Erfolg freuen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden. Ihr Glück und Ihre persönliche Erfüllung sind zu wertvoll, um von toxischen Beziehungen, selbst familiären beeinträchtigt zu werden. Zum Abschluss möchte ich Sie ermutigen, tief über Ihre familiären Beziehungen nachzudenken. Nutzen Sie das hier erworbene Wissen als Kompass, um in diesen komplexen Gewässern zu navigieren. Seien Sie mutig beim Setzen von Grenzen, mitfühlend beim Umgang mit den Schwächen anderer, aber fest in der Verteidigung Ihres Wohlbefindens. Sie haben die Macht, Ihr familiäres und soziales Umfeld zu gestalten. Nutzen Sie diese Weisheit. Pflegen Sie Beziehungen, die Sie erheben, die Sie inspirieren, Ihre beste Version zu sein. Das Leben ist zu kurz und wertvoll, um im Schatten von Neid und Falschheit gelebt zu werden. Wählen Sie Authentizität, gegenseitige Unterstützung und wahre Liebe. Ihr zukünftiges Ich wird Ihnen für diese mutige und transformative Wahl danken.